Ist ja echt, äh, es ist ja echt nicht mehr schön, ey. Ja, da bin ich ganz elegant ausgewichen, ey. Aber sowas von. Oh ne, da kommt hier so eine Ordnung aufkacke hier. Ah! Ach, lass mich raten, ich hätte das Ding umstellen müssen. Da kommt ja so eine ganz gemütliche. Hätte ich das Ding umstellen müssen? Ich weiß gar nicht. Wenn ich gleich in meinen Tod stürze, dann heißt das ja. Dann muss ich das nochmal neu laden. Deswegen versuche ich jetzt mal nicht zu speichern. Weil das wird extrem scheiß, wenn ich... Boah, was kommt hier alles für eine Shit runter? Ding, ding, ding. Oh Mann, oh Mann, ey, was kommt... Ja, was kommt denn hier für eine Shit alles, ey? Äh, okay. Äh, okay. Nein! Ich will doch so eine Scheiße. Lass mich raten. Oh, das Level ist vorbei. Puh, das finde ich jetzt gerade aber gut. Oh. Beweep. Okay, dann geht's da hoch. Blum, continue and save. Das Level machen wir jetzt auch nochmal. So, zack, 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 zack. Ich sehe bis jetzt noch gar nicht das Schloss. Oh, nee, nein, so eine Selbstkullscheiße. Oh, was ist das für ein Verfolgerscheiß-Ding? Ah, das verfolgt mich. Und es sendet feurigen Tod aus. Ich will das Level nicht. Ich will das Level nicht. Ah, was ist das? Ah. Lass mich doch an diese blöde Blume da oben ran. Ah. Oh, warum ist das jetzt überall? Geh weg. Ich will dich nicht. Nein. Scheiße. Was ist das für ein Ding? Geh weg. Ich will dich nicht. Geh nach Hause. Hu ab. Ja, super. Lass einfach mal stehen. Ja. Noch besser. So geht's auch. Oh, was ist das für eine Scheiße hier? Boah, jedes neue Level wird immer beschissener. Oh, das gibt's doch wohl nicht. Jedes... Ich hab immer weniger Bock, diesen Hack weiterzuspielen, ey. Ich hab immer weniger Bock, diesen Hack weiterzuspielen. Echt. Jetzt wirklich. Boah. Das ist ja hier echt... Das wird ja teilweise echt die Hölle hier. Für mich Mario Boon. Äh, Noob. Ist das hier echt teilweise die Hölle. Boah. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ah, nein. Ah, feuerlicher Tod. Hilfe. Boah. Das ist ja echt hier der Wahnsinn, ey. Oh, da will ich... Ah, da will ich gar nicht mehr so richtig schon erzählen. Da kann man ja gar nicht mehr erzählen. Weil hier jedes, äh... Weil hier jeder Millimeter hier ausgebolzert ist mit neueren... Mit neu... Mit neuen... Okay. Was? Was? Die kann man ein... Was? Ihr wollt mich jetzt echt verarschen. Ihr wollt mich jetzt verarschen. Die Dinger kann man ganz einfach, äh... Nein. 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 Ihr habt das jetzt nicht echt gemacht, so. Die Dinger kann man... Ihr wollt... Hahaha. Da muss ich jetzt echt mal kurz lachen. Da muss ich jetzt echt mal kurz lachen. Oh, oh, oh. Das ist echt jetzt, äh... Ich bin im Moment ein bisschen sprachlos. Ja, super. Schön, dass ich da trotzdem mit feurigem, äh... Quatsch, den lustigen Absturz tot sterbe. Ich lass mich doch einfach mal jetzt hier lang. Mann. Die Dinger kann man echt jetzt hier... Ah! Ich hab den Pilz fast verpasst. Den Pilz fast verpasst. Na! Da kommt ja wieder irgendwas... Ah, so eine Scheiße da an, äh. Na, da will ich speichern und ich... Ich stürze in den Tod. Ah! Oh, lass mich doch einfach mal hier irgendwas tun. Hilfe! Ja, ich kann da einfach drauf springen, aber irgendwas gegen zu werfen, nützt nichts. Ich fass es nicht. Da kann man die Dinger ganz einfach anspringen und die sterben. Warum treffe ich hier nichts mehr? Das einzige Gefährte sind diese ganzen Feuerscheiß-Dinger da. Die das Dinger noch wie bescheuert aussendet. Oh! Da mach ich mir das Level schwerer, als es ist. Ich werd bescheuert! Bescheuert! Oh, boy! Mann, Mann, Mann! Mann, 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 Mann! Da wird doch echt der... Oh, es geht noch weiter. Da ist das Schloss! Echt, der Hund an der Pfanne verrückt. Randy Salone, Resnors Castle. Leute, das mach ich aber nicht mehr jetzt. Nein. Denn jetzt... Ich muss mich jetzt erst mal von diesen Chucks hier... Äh, Schocks... Schucks? Von den Chucks? Ne, von den Schocks hier... Ich muss mich jetzt erst mal beruhigen. Das, äh... Das Schloss, das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Euer Arpakel sagt wieder... Äh, good fight, good night. Das, äh, good fight, good night.